Flüsse verlaufen in Kurven, auch Meander genannt, aufgrund einer Kombination von physikalischen Prozessen und geografischen Bedingungen. Hier sind die Hauptgründe, warum Flüsse in Kurven verlaufen. Höhere Geschwindigkeit an der Außenkurve. An den Außenkurven eines Flusses fließt das Wasser schneller. Diese höhere Fließgeschwindigkeit führt zu stärkerer Erosion, da das schnell fließende Wasser Sedimente und Bodenmaterial von der Uferseite abträgt. Langsamere Geschwindigkeit an der Innenkurve. An den Innenkurven eines Flusses fließt das Wasser langsamer. Diese geringere Fließgeschwindigkeit führt dazu, dass Sedimente, die vom Wasser transportiert werden, sich hier ablagern. Erosion und Ablagerung an den Seiten. Durch die kontinuierliche Erosion an der Außenkurve und die Ablagerung an der Innenkurve verschieben sich die Flusskurven seitlich. Dieser seitliche Versatz verstärkt die Krümmung des Flusses. Diese Prozesse sind zyklisch und selbstverstärkend. Wenn sich eine Kurve erst einmal gebildet hat, wird die Erosion an der Außenseite und die Ablagerung an der Innenseite fortgesetzt, wodurch die Kurve immer ausgeprägter wird. Dieser natürliche Mechanismus sorgt dafür, dass Flüsse im Laufe der Zeit ihre typischen, meandernden Formen entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.